Meine Damen und Herren, mein Name ist Oliver Brennecke und ich freue mich, Ihnen das Datenset des niedersächsischen Landesarchivs zu präsentieren. In Niedersachsen kennt ihn jeder, den Mittellandkanal, Deutschlands längste künstlich geschaffene Wasserstraße. Sie durchzieht drei Bundesländer und verbindet heute wichtige Industriegebiete miteinander. Die hier präsentierten Fotografien umfassten 606 Schwarz-Weiß-Bilde einer Glasplattennegativsammlung, die den Bau des Mittellandkanals in den Jahren zwischen 1910 und 1949 dokumentieren. Die Bilder zeigen eindrucksvoll den Bau dieses wasserbaulichen Mammutprojektes, dessen Umsetzung Jahrzehnte dauerte. Man sieht zum einen die gewaltigen Anstrengungen, die zum Beispiel bei der Errichtung riesiger Spundwände unternommen wurden. Sie bieten aber auch umfangreiche Einblicke in die technische Umsetzung, die Arbeitsbedingungen und die massiven Eingriffe in die Natur. Die Bilder wurden als hochauflösende JPEGs gescannt. Die dazugehörigen beschreibenden Informationen sind im Archiv-Informationssystem Arconsys veröffentlicht und liegen für Coding da Vinci als CSV-Datei und als ERD-XML-Datei vor. Ich freue mich auf die kreative Verwendung dieser Sammlung.